Wer macht denn das? Hier ist da. Wer macht denn das? Hier ist da. Wer macht denn das? Hier ist da. Wer muss sich denn von den ganzen Kindern mal ausruhen zwischendurch? Der dicke Pumpe. Ah, mein dicker Pumpe, Pumpe, Pumpe mit den großen Hauern. Der tolle Pumpe. So warm. Da muss man sich ausruhen von den vielen Kindern im Zauberwald, die einen besuchen wollen, sich die großen Zähnchen angucken vom Pumpe. Und die Nase angucken wollen. Und die schönen Augen. Und der Pumpe ist jetzt schon 14 Jahre alt. Und dann sind die Gänse immer so laut und machen immer so einen Krach. So. Da muss man ausruhen. Das ist doch nicht so laut. So laut ist das. So. Das ist so schön gezählt, Pumpe. So. So. Das beste Schwein. Beste Schweinchen. So. Jetzt kannst du wieder chillen. Jetzt kannst du wieder chillen. Saat. Oh. Ja. 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 Oh. Ja. So, nächsten Mal. Die süße Pumpe sagt, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.